so hallo was machen wir heute schönes ja heute machen wir grundlagen der modelltheorie und wenn sie hören modelltheorie dann denken sie wahrscheinlich schon wieder theorie aber sie werden sehen das was ich ihnen heute erkläre ist eher eine vereinfachung von dingen die sie zum teil schon wissen und wird uns auch einige klarheit schaffen bei dingen die in jeder logik in der aussagenlogik in der prädikatenlogik auch in anderen logiken immer gleich angegangen werden und die wir also nur einmal lernen und verstehen müssen und dann immer wieder nutzen können willkommen also zurück mein name ist marcus grütsch das ist die videoreihe theoretische informatik und logik im online kurs der tu dresden und beim letzten mal hatte ich ja bereits einiges zum thema prädikaten logik erster stufe ihnen erklärt wir hatten über syntax und semantik gesprochen zum teil dinge die sie auch schon gesehen haben wahrscheinlich und wir haben vor allem gesehen dass anstelle der wahrheitswerte zuweisungen die wir aus der aussagenlogik kennen in der prädikatenlogik etwas mehr arbeit nötig ist etwas kompliziertere strukturen treten nämlich die sogenannten interpretationen und ihre variablen zuweisungen und das hatte ich schon mal an einem beispiel gezeigt ja wir hatten diese formel hier null ist eine natürliche zahl und jede natürliche zahl hat ein nachfolger der wieder natürliche zahl ist und ich hatte ihnen als beispiel eine interpretation definiert und da mussten wir einiges tun wir mussten zunächst einmal festlegen über welche art von dingen reden wir hier überhaupt dieser formel das war in dieser interpretation die menge der reellen zahlen es könnten auch ganz andere dinge sein ja hier gibt es keine verpflichtung über zahlen zu sprechen die formel selbst verwendet zwar bestimmte begriffe aber das heißt noch längst nicht dass sie nur auf diese art interpretiert werden könnte wie wir uns das vielleicht selbst mal gedacht haben in dem fall wollen wir aber zahlen nehmen wir interpretieren auch noch die konstante null als die tatsächliche zahl null also wir müssen konstanten werte zuweisen wir interpretieren das prädikat nad num als die teilmenge der reellen zahlen die natürlich sind auch das ist die erwartete interpretation in dem fall und wir interpretieren die nachfolger relation zug hier als eine zweistellige relation zwischen paaren von reellen zahlen bei denen die erste kleiner ist als die zweite ein bisschen typische interpretation aber gut was soll nachfolger über den reellen zahlen überhaupt ok das heißt sie sehen wir haben hier eine domäne festgelegt wir haben konstanten interpretiert wir haben die prädikate interpretiert und erst wenn das alles beisammen ist können wir über die bedeutung eines solchen logischen satzes einer solchen geschlossenen logischen formel sprechen und in diesem fall können wir tatsächlich auf zuweisungen verzichten denn hier gibt es keine freien variablen das heißt wir müssen nichts dazu sagen wie variablen interpretiert werden soll die variablen die hervorkommen werden alle durch quantoren gebunden und haben dann in dem kontext schon ihre bedeutung das müssen wir also nicht noch mal außen festlegen okay so haben wir also gearbeitet das alles war nötig und ich hatte schon gesagt eigentlich interessiert uns oftmals nur das was man mit setzen mit logischen geschlossenen formeln ausdrücken kann wie in diesem beispiel ja ganz oft trifft man in der anwendung auf setze die meisten anwendungen haben nur setze in diesem fall genügen uns interpretation wir müssen keine variablen zuweisungen einführen und die zuweisungen sind in diesem fall eher ein technisches hilfsmittel zur definition der bedeutung von setzen denn wenn wir die definition die form und die bedeutung einer formel definieren wollen müssen wir von den teilformeln anfangen und die teilformeln enthalten natürlich freie variablen weil die quanturen in den teilen noch nicht enthalten sind die kommen ja erst außen dazu wenn man vom kleinen zum großen geht das heißt man braucht irgendwie auf dem weg schon immer die variablen zuweisung aber eigentlich auf äußerster ebene interessiert uns nur wie kann man diese formeln interpretieren was macht sie war im übrigen ist ich hatte schon den begriff struktur verwendet ja die struktur der interpretation oder strukturen interpretation als eine art von strukturen es gibt auch teilbereiche der logik oder auch der mathematik in denen man allgemein zu dem was wir interpretation nennen einfach struktur sagt kann man auch machen muss man dann aber klar sagen was dass das so eine struktur ist und nicht etwa eine andere struktur in strukturen gibt es ja viele auch in der mathematik okay das heißt oftmals würde man gerne mit sätzen arbeiten und weil eben sätze so bedeutsam sind nennt man mengen von sätzen in der logik auch oft theorie ich schreibe hier oft das ist nicht immer so in manchen gebieten haben die leute vielleicht noch nie davon gehört dass sowas theorie genannt wird aber oftmals sagt man eine menge von sätzen ist eine theorie und oftmals ist sie endlich okay warum theorie naja hier ist ein beispiel aus der mathematik wo dieser begriff letztlich her stammt nämlich hier angegeben sehen sie die theorie der partiellen ordnungen das ist etwas von dem sie sicherlich schon mal in mathe gehört haben partielle ordnungen sind binäre relation hier mit so einer notation infix geschrieben die verschiedene bedingungen erfüllen müssen und die bedingungen kennt man unter den bezeichnungen reflexivität transitivität und antisymmetrie und diese kann ich jeweils als logische sätze aufschreiben und wahrscheinlich wenn sie das schon mal gehört haben an irgendeiner stelle haben sie das auch so aufgeschrieben oder so ähnlich vielleicht nicht ganz so formell aber höchstwahrscheinlich schon so ähnlich reflexivität jedes ding ist kleiner als sich als es selbst ja also die selbstbezüglichkeit transitivität x kleiner gleich y und y kleiner gleich z bedeutet x kleiner gleich z und die antisymmetrie wenn x kleiner gleich y ist und y kleiner gleich x dann müssen die beiden gleich sein dass der einzige fall in dem also die beziehung in beide richtungen gelten kann ist zwischen einem ding und sich selbst okay das also würde man als eine mögliche definition von partiellen ordnungen ansehen diese theorie der partiellen ordnungen und ich kann das im prinzip direkt so als prädikaten logische theorie ansehen die einzige besonderheit ich habe hier ein prädikat das ich infix notiere und ich habe hier noch das gleichheitsprädikat das verwende ich hier einfach mal so wir werden später noch mal darüber sprechen wie man damit in der logik umgeht welche möglichkeiten man hat für jetzt akzeptieren was einfach mal so dass das hier vorkommt ja und die besonderheit ist jetzt diese theorie der partiellen ordnungen sagt uns tatsächlich überhaupt nichts darüber aus welche menge wir hier ordnen ja die domäne ist uns freigestellt die wird nicht beschrieben und genauso ist es ja auch in der in den interpretationen in der prädikaten logik die domäne bleibt offen ja die formel kann auf alle möglichen mengen grundmengen angewendet werden und ergibt dann jeweils gewisse aussagen die dort gelten müssen und tatsächlich kann man eben partielle ordnungen auch über allen möglichen mengen in der mathematik finden insofern passt das ganz gut zusammen ist eigentlich eine bessere passung als das beispiel was ich ihnen vorher gegeben habe mit den natürlichen zahlen denn zu erzwingen dass wir wirklich über die natürlichen zahlen reden in so einer logischen formel und nicht über irgendeine andere menge die vielleicht auch so eine ähnliche struktur hat die dass das wird sehr schwierig wie wir doch später ein stück später sehen wir okay also logik aufsetzen wäre eine schöne sache okay aber ich hatte ja eigentlich versprochen durch modelltheorie mache also lassen sie uns mal dann hingehen modelltheorie ist gleich ein bisschen bunter als die vorige folie modelltheorie ist ganz allgemein zunächst erst mal die idee dass in der logik wir immer zwei seiten haben die syntaktische seite die der formel nämlich und die semantische seite die der modelle formeln die sind die syntaktischen objekte modelle die semantischen und ganz allgemein könnte man sagen das sind semantische interpretationen was genau sich dahinter verbirgt wird von logik zu logik unterschiedlich sein als einfach nur diese beiden mengen zu definieren ist aber noch relativ schwach und uninteressant weil natürlich zwei mengen erst mal nur für sich genommen keine innere struktur haben was uns interessiert ist vor allem welche modelle erfüllen welche formeln also die beziehung zwischen denen und diese beziehung haben wir immer geschrieben mit der aussagen logik und auch in der prädikaten logik wieder mit dieser erfüllungs relation die ich hier so notiere ja der strich mit dem gleichheitszeichen danach ja hier um 90 grad gedreht sie können sich vorstellen okay das ist die beziehung zwischen modellen informe und formeln die ausdrückt in welchen modellen welche formeln wahr werden und das ist eine n zu m beziehung ja viele modelle können eine formel wahr machen und eine formel jedes modell kann viele formeln wahr machen okay so ganz allgemein die idee dass wir diese verschiedenen ebenen haben und die grüne beziehung zwischen ihnen und wir haben jetzt auch schon konkret gesehen wie das aussieht in spezifischen logik zum beispiel in der aussagen logik hatten wir aussagen logische formeln die modelle waren die wertzuweisungen da gab es gar nicht mal so sehr viele davon denn für eine bestimmte formel interessieren uns natürlich immer nur eine bestimmte teilmenge von propositionen und über diesen propositionen gibt es nur endlich viele arten die wahrheitswerten zuzuweisen exponentiell viele okay aber gegen die prädikaten logik ist das alles noch klein und leicht zu handeln und die beziehung zwischen denen naja die haben wir definiert das ist die aussagen logische erfüllungs relation dafür gibt es eine definition unter welchen bedingungen erfüllt oder wie finden wir heraus wann eine wertzuweisung eine aussagen logische formel erfüllt kann man nachschlagen wissen sie auch okay prädikaten logik kann ich auch so sehen ich nehme hier die prädikaten logischen sätze wie gerade noch mal in erinnerung gerufen hier als modelle die prädikaten logischen interpretationen und dann wiederum die prädikaten logische erfüllungs relation war zuweisungen für variablen benötigen wir nicht das heißt das wirklich eine relation zwischen interpretationen und setzen das wird dann eigentlich eine logik die nur übersätze definiert ist also wo die syntax wo die syntax sich auf sätze beschränkt und die modelle dann einfach die interpretation sind und das ist aber natürlich nicht die einzige sicht die es gibt man kann auch offene prädikaten logische formeln mit einbeziehen also nicht nur selbst zu betrachten dann hat man ganz allgemein irgendwelche prädikaten logischen formeln möglicherweise mit freien variablen dann müssen aber modelle erweitert werden dann brauchen wir im modell eine information darüber was die variablen eigentlich bedeuten sollen das waren die zuweisungen das heißt wir haben immer ein paar aus einer interpretation einer zuweisung hier als ein modell sozusagen und dann wiederum die prädikaten logische erfüllungs relation das gleiche was hier schon dann gilt auch hier nur in dem fall auf mehr formeln angewendet okay als sie sehen wir haben in verschiedenen zusammenhängen schon diesen bezug kennengelernt und auf diesem einfachen bezug zwischen modellen und formeln kann man jetzt eine ganze menge von begriffen aufbauen die in jeder logik gleich sind und die uns auch in den logiken die wir hier konkret betrachten dann nützlich sein werden aber das wunderbare an diesen begriffen ist letztlich dass man die details der logik nicht kennen muss um die begriffe zu verstehen ja also selbst ohne dass man auswendig weiß was jetzt genau die interpretation ausmacht oder wie die syntax der prädikaten logik definiert war kann man dennoch alle begriffe die ich jetzt als nächstes erkläre ganz allgemein nachvollziehen einfach nur mit der idee es gibt modelle es gibt formeln und beides sieht irgendwie aus und irgendwie definiert okay wie kann das gehen intuition man legt mit einer modelltheorie ziemlich abstrakt fest worüber die logik etwas aussagt man sagt was sind die formeln wie sehen die aus und die könnten irgendwie aussehen ja ich muss da mich nicht an bestimmte konventionen halten ich könnte auch ganz anders vorgehen als das was wir bisher gesehen haben und was sind die modelle und bei modellen können wir uns vielleicht auch vorstellen mögliche welten ganz allgemein gesprochen in denen eine behauptung die so eine formel aufstellt eben gelten kann oder eben auch nicht okay so ist die intuition und das könnte man grafisch darstellen wie hier das hier wäre zum beispiel eine kleine logik die logik hat vier modelle i1 bis i4 und sie hat vier formeln f1 bis f4 wir wissen nicht wie diese formeln konkret aufgeschrieben sind vielleicht ist das schon die syntax vielleicht heißen die einfach f1 bis f4 und haben keine weitere innere struktur und wir wissen auch nichts darüber wie die modelle im detail aussehen ob das zuweisungen sind oder irgendwelche interpretationen das sind einfach bloß dinge ja aber irgendwie haben wir definiert welche modelle welche formel war machen und dass diese beziehung ist hier mit grünen strichen dargestellt zum beispiel würde die das modell i1 die formel f1 aber auch die formel f2 war machen i2 würde dagegen f1 f2 und f3 war machen i3 f2 und f3 und i4 f2 f4 wird von gar keinem modell wahr gemacht so ist die situation in dieser logik ja und damit hätte ich jetzt ganz abstrakt eine logik definiert keine sehr interessante eine sehr endliche logik aber für die darstellung der begriffe ist sie gerade gut geeignet okay und allein schon mit diesen allgemeinen mit dieser allgemeinen sicht ohne genauer darüber zu sprechen wie die logik aussieht kann ich jetzt viele wichtige begriffe einführen zum beispiel den begriff der tautologie oder der widersprüchlichkeit der allgemeingültigkeit erfüllbarkeit widerlegbarkeit alles was hier steht das kennen sie zum teil auch schon ja allgemeingültig oder auch tautologisch ist einfach eine formel die in allen modellen war ist alle modelle sind alle modelle der logik über die wir gerade sprechen widersprüchlich oder auch inkonsistent oder unerfüllbar ist eine formel die in keinem modell war ist also das duale zu allgemeingültig erfüllbar oder auch konsistent ist eine formel die in zumindest einem modell war ist das ist das gegenteil von inkonsistent ja und widerlegbar das ist das gegenteil von allgemeingültig das ist eine formel die in einem modell falsch ist okay gut diese vier begriffe trifft man immer wieder an jeder logik und selbst mit unserer kleinen spielzeuglogik die ich ihnen hier angezeichnet habe können wir schon feststellen welche der formeln allgemeingültig widersprüchlich erfüllbar oder widerlegbar sind wie sieht es aus mit f1 wir sehen f1 wird von i1 erfüllt von i2 auch das heißt das ist auf jeden fall eine erfüllbare formel sie ist aber nicht in jedem modell war in i3 zum beispiel wird sie nicht erfüllt das heißt sie ist auch widerlegbar und das ist also das was wir über f1 sagen können es ist eine erfüllbare und außerdem widerlegbare formel eine typische situation die uns am häufigsten begegnet wenn sie irgendeine formel aufschreiben wird sie wahrscheinlich erfüllbar und widerlegbar sein f2 hingegen da sehen wir schon da läuft einiges zusammen alle modelle erfüllen f2 das heißt diese formel ist allgemeingültig sie ist in jedem modell war damit ist sie nicht widerlegbar aber natürlich ist sie insbesondere auch erfüllbar sie wird geradezu immer erfüllt das heißt wir haben hier eine formel die erfüllbar und allgemeingültig ist f3 wird erfüllt aber auch widerlegt das heißt sie ist wiederum erfüllbar und widerlegbar wie f1 und f4 wir sehen es ist unerfüllbar und damit auch wie sicherlich widerlegbar okay das sind also die vier fälle und sie sehen auch schon es gibt nur drei mögliche kombinationen wie man sich leicht überlegen kann aus diesen eigenschaften andere möglichkeiten als diese drei die hier schon vorkommen einer doppelt gibt es nicht so sieht es aus tautologien und widersprüche und ja wie sie sehen modelltheorie funktioniert wir mussten nichts über die details der syntax oder der definition der semantik wissen um all diese wichtigen grundbegriffe einzuführen die sie auch schon anderswo gesehen haben man kann aber noch weitergehen man kann jetzt und das ist eigentlich das wichtigste was wir der logik machen wollen wir können jetzt definieren wie man in dieser logik schließen muss also das heißt welche logischen folgerungen man ableiten sollte einfach nur aufgrund der modelltheorie ohne wiederum irgendwas zu wissen über die syntax oder die semantik im detail wir müssen nur diese erfüllungsrelation zwischen modellen und formeln kennen darauf basiert auch alles was im logischen schließen passiert wie kann das gehen hier sehen wir es modelltheorie aus der modelltheorie ergibt sich was logisches schließen genau bedeutet und welche schlüsse man ziehen darf erster anstrich wenn ein modell eine formel erfüllt wenn also i f erfüllt so wie wir das schreiben dann nennt man i ein modell für die formel ja also es ist geradezu so dass der begriff modell in der prädikaten logik manchmal insbesondere für interpretationen gebraucht wird die eine andere bestimmte formel die im kontext bekannt ist oder die die man extra nennt wahr machen ja modelle sind strukturen die etwas wahr machen aber man kann auch wenn man modelltheorie als allgemeinen begriff verwendet dann nennt man auch gern mal alle interpretationen modelle ok also wenn das gilt dann nennt man i ein modell für die formel und man sagt i erfüllt die formel das haben wir zum teil ja schon eingeführt diese begrifflichkeit zweiter anstrich i ist ein modell für eine formel menge t in symbolen schreiben das genauso wie bei einer einzelnen formel nur mit einer menge hier wenn i ein modell für jede formel f aus dieser formel menge ist ok das ist hoffentlich auch ziemlich intuitiv wenn man das so sieht ja dass wir ziehen einfach den begriff für den einzelnen punkt hier für die einzelne formel hoch auf die menge das kann auch sogar eine unendliche menge sein das funktioniert trotzdem wir sorgen halt für jede formel egal wie viele das sind muss diese beziehung gelten ok also können modelle auch modelle für mengen sein jetzt wird es interessant eine formel f ist eine logische konsequenz aus einer formel menge oder aus einer einzelnen formel das ist nicht wichtig an der stelle g in symbolen g hat f als logische konsequenz f folgt aus g wenn jedes modell von g auch ein modell von f ist mit anderen worten i erfüllt g impliziert i erfüllt f jede welt in der g war ist ist macht auch f war wenn das der fall sein sollte dann ist das intuitiv auch hoffe ich für sie eine logische konsequenz unter der annahme das g gilt wenn wir voraussetzen das g gilt dann muss unbedingt auch f gelten denn jede situation in der g gilt ist auch eine situation in der f gilt annahme von g ist in gewisser weise mindestens genauso stark wie die annahme von f ok es gibt einen sonderfall auch da gibt es einheitliche notationen beidesgehend einheitlich über die logik hinweg wenn f eine tautologie ist also allgemeingültig dann schreiben wir gern auch f wird abgeleitet ja könnte man sagen schwer wie lese ich das ja f ist eine tautologie aber sie sehen die analogie zu der notation hier ja hier haben wir gesagt aus g folgt f hier sagen wir im prinzip aus nichts folgt f und so ist es ja auch bei einer tautologie die gilt von sich aus stets das heißt wir können sagen ohne weitere voraussetzungen muss f gelten somit ergibt diese darstellung sinn ok letzte möglichkeit zwei formelmengen f f und g könnten auch nur formeln sein gleich zu einer menge von formeln also sie können das kombinieren wie sie wollen in jedem fall ist die idee die gleiche die formeln werden durch die gleichen interpretationen oder werden in den gleichen welten wahrgemacht ok das sind also alles grundbegriffe die wir in jeder logik so anwenden und der wichtigste ist natürlich der der logischen konsequenz denn oftmals interessiert uns sehr was folgt aus den formeln die wir angegeben haben und man sieht auch schon warum das so ist ja in der prädikaten logik ist das noch mal deutlicher als in der aussagen logik die syntax ist nämlich letztlich das was wir natürlich schreiben was wir eingeben im computer was wir jemandem per e mail schicken oder wie auch immer und was dann das greifbare ist mit dem wir arbeiten wir arbeiten mit formeln wir arbeiten mit syntax das heißt es interessiert uns oft was folgt aus einer gegebenen formel und die logische konsequenz ist also eine beziehung zwischen formeln die interpretationen hingegen die sind zwar wichtig um all das mathematisch klar zu definieren aber sie ahnen schon und haben es gesehen an den beispielen die ich schon gegeben habe eine interpretation in der prädikaten logik ist in der regel nicht leicht zu fassen und man kann nicht einfach aufschreiben also ich kann die zwar mathematisch beschreiben mit allgemeiner mathematischer sprache aber in einem computerprogramm sie klar definiert einzugeben das wird schon schwieriger zumindest wenn ich erlaube dass die domäne unendlich ist so wie bei den reellen zahlen wie wir es schon gesehen haben dann wird es schon sehr schwierig die möglichen interpretationen die man sich da denken kann sinnvoll zu beschreiben und deshalb ist es auch so dass eben die beziehung zwischen modellen und formeln für uns da oft eher eine mathematische bleibt wohingegen die beziehung zwischen formeln und anderen formeln die ist etwas die können wir ausrechnen da kann man was implementieren das kann man als eingabe und als ausgabe von einem konkreten tool sich vorstellen ja und deshalb ist also logische konsequenz so wichtig weil man da nur mit formeln arbeitet ok das also ist logisches schließen so sieht es aus und die wichtigsten grundbegriffe ganz vieler logik ok schauen wir uns mal ein beispiel an wie das funktioniert wir wollen uns wieder diese logik ansehen mit unseren vier modellen und vier formeln und dieser grünen beziehung zwischen ihnen und wir wollen wissen was folgt aus f3 also was kann man aus f3 schlussfolgern in dieser logik f3 hat keinen erkennbarer syntax ist einfach nur hier ein punkt in unserer menge der formel ok f3 das ist also die annahme die wir machen wollen dann gehen wir jetzt hin und her um logisch zu schließen hin zunächst zu den modellen wir schauen uns an was sind die interpretationen was sind die modelle in denen f3 war ist und da sehen wir da gibt es zwei stück i2 und i3 das ist also die menge der modelle von f3 und wir hatten jetzt gesagt eine logische konsequenz einer formel ist dann eine logische konsequenz wenn sie in allen modellen war ist in denen auch die formel war ist und jetzt fragen wir also was ist denn noch in allen modellen war in denen f3 war ist mit anderen worten was ist denn noch in i2 und in i3 war wir sehen i2 macht eine reihe von dingen war i3 macht auch einige dinge war aber das einzige neben f3 was beide wahr machen ist f2 das heißt also i2 und i3 sind modelle von zwei formeln also sind gemeinsame modelle dieser beiden formeln und das sind die formeln f2 und f3 und dadurch kann ich habe ich also ermittelt immer wenn f3 war ist dann ist auch f2 war in allen diesen beiden situationen gilt das auch und daraus kann ich also jetzt ableiten es folgt f3 hat f2 als logische konsequenz so entstehen logische konsequenzen das ist schon alles der kniff ist natürlich für eine bestimmte logik die mathematisch definiert ist jetzt das konkret auszurechnen oder das abzuleiten das ist oftmals nicht so einfach also definieren kann man schnell haben die frage ist dann wie setzt sich praktisch um aber die grundidee ist immer die gleiche und sieht so aus wie auf der folge gut man kann auch auf dieser allgemeinen ebene ohne dass man überhaupt klar sagt welche logik man hier betrachten will eine ganze menge wichtiger grundsätzlicher eigenschaften sich überlegen insbesondere zum beispiel von der semantischen äquivalenz ja also dieser gleichheit der modelle satz die semantische äquivalenz ist tatsächlich wer hätte es gedacht eine äquivalenz relation das heißt sie ist reflexiv symmetrisch und transitiv warum ist das so naja weil wir sie definiert haben indem wir gesagt haben äquivalent sind formeln wenn ihre modellmengen gleich sind das heißt also am ende wird äquivalenz von formeln zurückgeführt auf gleichheit von modellmengen ja und gleichheit hat alle diese eigenschaften gleichheit ist reflexiv symmetrisch und transitiv das heißt wenn wir irgendwas mit gleichheit als grundlage definieren dann wird es auch diese eigenschaften erben und das sehen wir also hier bei äquivalenz nächster satz alle tautologien sind semantisch äquivalent wieso semantisch äquivalent heißt sie haben die gleichen modellmengen ja tautologien sind ja gerade die sätze oder die formeln die von jedem modell auf wahr abgebildet werden von jedem modell erfüllt werden das heißt die haben die menge aller modelle als ihre modelle und ja natürlich haben die das alle und sind damit alle semantisch äquivalent mit anderen worten tautologien sind eigentlich sehr uninteressant eine tautologie ist eine furchtbar langweilige aussage sie ist jede tautologie hat genauso viel informationsgehalt wie p oder nicht p in der aussagenlogie mehr sagt die nicht aus ja da steckt nichts mehr drin es könnte jede beliebige welt angenommen werden wenn wir nichts weiter wissen als dass diese tautologie gelten sollte haben wir eigentlich nichts gesagt so verwendet man es ja auch gerne in der sprache ja wenn sie im sprachlichen es gibt ja auch die sprachliche figur der tautologie ja damit meint man eher was abschätzig ist ja es nicht das wunderbare was immer wahr ist und dass das nichts sagen das uninteressante das offensichtliche okay also tautologien sind semantisch äquivalent wir sehen aber auch unerfüllbare formeln sind ebenfalls semantisch äquivalent aus dem gleichen grund ihre modellmengen sind gleich nur dass die modellmengen in diesem fall leer sind und damit sind auch das in gewisser weise uninteressante formeln wir werden aber trotzdem sehen dass wenn wir logisch schließen also algorithmen für logische schließen betrachten dann werden uns tautologien und unerfüllbare formeln doch immer mal begegnen als interessante situationen weil wir auch aus der tatsache dass ein bestimmte formel mit einer bestimmten struktur eine tautologie ist oder unerfüllbar ist interessante schlüsse ziehen können über logische konsequenzen zum beispiel man muss nur die formel über die man spricht zurückfältig konstruieren dann kann man da auch was abhauen okay aber das sehen wir auch dritter satz semantische äquivalenz entspricht wechselseiter zeitiger logischer konsequenz das heißt also f ist äquivalent zu g genau dann wenn f aus f aus g folgt und g aus f wenn ich so rum sprechen möchte okay also diese beiden dinge zusammen sind genauso wie das hier auch das ist etwas was wir schon aus der aussagenlogik kennen eine einfach zu sehende eigenschaft auch die folgt hier direkt aus den definitionen und erfordert keinen weiteren beweis hier also einfach die definition anschauen dann sieht man das steht da die bedingungen auf der linken und auf der rechten seite expandieren zu den gleichen bedingungen okay eigenschaften der semantischen äquivalenz als nächstes möchte ich jetzt und zum abschluss auch in gewisser weise das noch anwenden auf die logeleien die wir schon vor ein paar videos angefangen haben sie erinnern sich wir hatten inseln mit lügnern und wahrheitssagern und eine die der ersten solchen logeleien die ich ihnen angegeben hatte war die bei der jemand sagt wir sind hier alle vom gleichen typ und wir wollen jetzt versuchen mit logischen mitteln also mit hilfe der prädikaten logik ganz konkret herauszufinden was jetzt konkret in diesem fall geht sie haben es vielleicht schon selbst durch überlegung gelöst das hoffe ich zumindest aber man kann sich jetzt natürlich auch fragen ja was alles eigentlich mit logik zu tun können wir das irgendwie mit prädikaten logik ausdrücken und der erste schritt und auf der schwierigste natürlich bei so etwas ist dass man das was im rätsel geschrieben steht in logische formeln übersetzt das ist schwierig weil man oftmals dinge unausgesprochen lässt und annimmt als mensch die man aber in der logik explizit machen muss damit alles funktioniert und natürlich ist es auch schwierig weil die natürliche sprache mit der wir arbeiten oft viel schwammiger und weniger präzise ist als die logik so dass man sich überlegen muss wie genau war denn das jetzt gemeint damit das rätsel lösbar ist nicht immer so klar bei allen diesen rätsel okay hier sind also zwei formalisierungen angegeben in form von formel f1 und f2 die erste soll ausdrücken jeder einwohner ist entweder wahrheitssagen oder lügner das hat hier niemand gesagt sondern das war uns vorgegeben das war die einleitung zu diesem rätsel und das kann ich ausdrücken indem ich zwei prädikate nehme w von x heißt jemand ist ein wahrheitssager oder x ist ein wahrheitssager l von x heißt jemand ist ein lügner und ich schreibe jetzt also für alle x gilt entweder x ist in w und nicht in l ist ein wahrheitssager und kein lügner oder l von x und nicht w von x also x ist ein lügner und kein wahrheitssager also das heißt wir haben hier ausgedrückt jeder muss eins davon sein und keiner ist beides ja also ein exklusives oder für alle x und dann kommt natürlich hinzu noch die aussage die hier jemand macht wir sind hier alle vom gleichen typ das heißt hier wird gesagt für alle x gilt w von x oder für alle x gilt l von x alle sind wahrheitssager oder alle sind lügner das ist gemein mit gleichen typen okay das sind jetzt also zwei formeln aber wir wollen nicht wissen was aus diesen formeln folgt das ist nicht die frage welche welche logischen konsequenzen haben diese beiden aussagen denn die zweite formel ist uns ja gar nicht gegeben sondern das rätsel war ja dass wir auf eine insel kommen und dort jemand sagt wir sind hier alle vom gleichen typ wir wissen allerdings nicht ob das überhaupt stimmt ja wenn es ein wahrheitssager gesprochen hat dann muss es stimmen wenn es ein lügner gesprochen hat dann darf es nicht stimmen das müssen wir jetzt also auch korrekt formalisieren in der logik wir dürfen also nicht die aussage einfach annehmen sondern die aussage die wahrheit der aussage hängt davon ab ob wir hier eine insel mit einem wahrheitssager oder mit einem lügner haben und wie das verteilt ist okay ich versuche mich also jetzt mal an einer formalisierung und ich schreibe außerdem einige repräsentative modelle hier mit auf dazu werde ich gleich noch was sagen schauen wir erstmal auf die formel seite in der formel seite habe ich jetzt eine reihe von formeln und insbesondere das welche dunkelrot hervorgehoben habe es nenne ich oder beschreibe behaupte ich ist die gegebene theorie das ist das was uns vorgegeben ist wieso ist das so naja die formel f1 ist sicherlich vorgegeben das ist das spielprinzip alle sind wahrheitssager oder lügner und die zweiten und die zweite und die dritte formel hier die drücken aus dass jemand uns die aussage f2 mitgegeben hat wieso drücken diese aus sie sagen wenn es jemanden gibt der wahrheitssager ist dann ist die formel f2 war wenn es jemanden gibt der lügner ist dann ist die formel f2 nicht wahr da sehen wir auch noch eine wichtigste teil der formalisierung was ich nicht wiederholt habe aber was uns jetzt einfällt wenn wir sehen was hier steht war natürlich dass alle die wir fragen diese antwort geben also das heißt jeder einzelne hat diese antwort gegeben wenn also das so ist wenn es ein gibt der wahrheitssager ist dann muss die formel gelten denn der hat sie auch gesprochen wenn es jemanden gibt der lügner ist dann darf die formel nicht gelten denn der lügner hat sie gesprochen und da sehen wir schon okay das ganze nimmt eine bestimmte richtung und hier nehme ich noch ein paar weitere formeln jetzt hinzu nämlich die formeln die uns vielleicht interessieren bezüglich ihrer logischen konsequenz hier steht für alle x l von x also alle sind lügner und hier steht für alle x w von x alle sind wahrheitssager okay das sind also die fünf formeln in meiner mini logik die ich konstruiert habe vereinfachte betrachtung die fünf formeln die mich interessieren und tatsächlich ist so in der praxis also wenn sie mit prädikaten logik oder irgendwelchen fragmenten davon arbeiten können wir uns oft auf eine bestimmte teilmenge von interessanten formeln beschränken das ist also etwas was immer geht auch wenn die logik an sich viele formeln hat müssen wir nicht alle immer betrachten es ist durchaus möglich sich auf eine endliche teilmenge oder eine irgendwie zumindest sehr eingeschränkte teilmenge zu festzulegen und nur die zu untersuchen das kann man machen bei den modellen hingegen ist das in der regel nicht so einfach die modelle müssen wir erst mal a priori alle in betracht ziehen und wir wissen bei der prädikaten logik sind die ziemlich kompliziert es würde unendlich viele modelle gehen und weil ich jetzt hier geschrieben habe ist wir betrachten einige repräsentative modelle in welchem sinn die repräsentativ sind das müsste man vielleicht wenn uns jetzt mathematisch festlegen will noch ein bisschen aufführlicher diskutieren aber für uns aus sicht des rätsellösers können wir uns vielleicht schon denken warum das repräsentativ ist denn ich habe hier meine drei inseln die ich mir denken könnte die eine insel ist eine auf der nur lügner leben die nächste eine auf der es sowohl wahrheitssager als auch lügner gibt und die dritte eine auf der es nur wahrheitssager gibt und das ist repräsentativ behaupte ich weil in der tat alles was passieren kann basiert auf einer dieser drei inseln also ist es egal noch einen zusätzlichen lügner hinzuzunehmen in einer dieser fälle wo es schon einen gibt macht keinen unterschied es macht auch keinen unterschied hier unendlich große mengen zu betrachten oder irgendwas anderes ja und die reihenfolge oder bezeichnung dieser elemente spielt auch keine rolle am ende geht es nur darum wer wohnt hier und ist das eine gemischte population oder eine homogene population also gibt es eigentlich nur drei modelle wie schon gesagt in der regel wenn ich allgemein prädikaten logisch schließe ist die welt leider nicht so einfach um herauszufinden dass es nur wenige modelle gibt muss man meistens schon sehr viel arbeit reinstecken und oftmals kommt man nicht auf endlich viele sondern man kommt dann eher auf bestimmte spezielle modelle die man vielleicht mit algorithmen besser systematisch durchsuchen kann also dieser schritt zu sagen welches sind die repräsentativen modelle für ein gegebenes problem der ist sehr sehr kompliziert der kann man nicht das gibt es keine automatismen in dem fall funktioniert aber das ist jetzt hier unser einfaches beispiel aber sie können sich denken wenn das gelingt ja dann haben sie sind sie schon auf dem besten weg zur implementierung ja wenn sie herausfinden für diese art von problemen die ich hier betrachte brauche ich nur drei modelle betrachten und für die drei modelle die sind auch noch endlich kann ich ausrechnen welches erfüllt jetzt welche formel dann kann ich die logische konsequenz im prinzip ablesen also da habe ich dann ein verfahren entgegelt mit dem ich logisch schließen kann und das ist natürlich schon eine tolle sache für uns gelingt das weil wir haben jetzt diese einschränkung einmal gemacht und jetzt ist es ziemlich leicht sich zu überlegen welche der modelle welche formel hier wahr machen zunächst einmal alle formeln alle modelle machen formel f1 war das ist eine tautologie das ist auch das immer auch gut beraten das so zu gestalten denn andere situationen interessieren uns nicht das ist die vorgabe des ganzen rätsels es soll f1 gelten also werden wir nur modelle betrachten wo das so ist falls es einen wahrheitssager gibt dann soll f2 gelten f2 heißt alle haben den gleichen typ stimmt das für die erste insel hier gibt es zwei lügner stimmt es dass wenn ein wahrheitssager existiert dann gilt f2 natürlich stimmt das weil der die prämisse dieser implikation falsch ist es gibt kein wahrheitssager also ist egal was mit f2 passiert falsch impliziert irgendwas ist immer noch eine wahre aussage zweite insel es gibt ein wahrheitssager das stimmt also die prämisse ist war gilt f2 es haben alle den gleichen typ nein die zweite das zweite modell erfüllt also nicht diese formel und das dritte modell mit zwei wahrheitssager das erfüllt die formel es gibt einen aber es ist auch tatsächlich so dass alle den gleichen typ haben das heißt also wir erhalten jetzt diese situation okay und so können wir jetzt weiter rechnen ist es wahr dass immer wenn es einen lügner gibt f2 nicht gilt also die beiden nicht den gleichen typ haben erste insel es gibt einen lügner aber alle haben den gleichen typ also es ist nicht so dass f2 nicht gilt das heißt die erste insel erfüllt das nicht die zweite es gibt einen lügner und sie haben nicht alle den gleichen typ das stimmt und die dritte es gibt keinen lügner also prämisse falsch dann stimmt die implikation auch also das heißt hier in dem fall gilt die letzten beiden inseln erfüllen diese form okay und jetzt sehen wir schon hier ein gewisses muster was wir nutzen können die anderen formeln wollen wir aber auch noch mit einbeziehen also die formel dass alles alle lügner sind oder alle wahrheitssager sind die kann man leicht erkennen gelten jeweils in der ersten und in der letzten insel das heißt jetzt haben wir unsere komplette modelltheorie für dieses kleine teilchen von prädikaten logik hier aufgestellt und können uns fragen welche logischen konsequenzen folgen jetzt aus der gegebenen theorie also das ist das was das rätsel uns vorgibt was kann man daraus schließen und wir sehen wir müssen jetzt also jeweils finden die inseln auf denen diese theorie wahr ist wir suchen als die modelle dieser theorie und da sehen wir die erste formel hilft uns nicht die zweite formel aber schon denn die ist nur hier war und im dritten und die dritte formel ist nur hier war und ebenfalls im dritten aber ja nicht im ersten das heißt die einzige insel auf der diese drei formeln gelten ist tatsächlich die dritte wo nur wahrheitssager leben und die erfüllt ja auch die formel die sagt es gibt nur wahrheitssager das heißt mit anderen worten aus der gegebenen theorie folgt alle inselbewohner sind vom typ w gut logisches schließen in ganz kleinen schritten mit inseln anstatt interpretation aber okay ich hoffe sie haben es gut nachvollziehen können so funktioniert das also und nur halt in der regel mit unendlich vielen inseln und unendlich vielen formeln okay aber wie gesagt darüber zu reden sein wie man das trotzdem algorithmisch in den griff kriegen kann zumindest in dem rahmen in dem es überhaupt möglich ist mit computern das irgendwie zu lösen da werden wir auch darüber sprechen müssen okay gut damit ergibt sich also das problem des logischen schließens wobei man jetzt ein bisschen aufpassen muss logisches schließen heißt nicht nur logische konsequenzen berechnen sondern es gibt im prinzip zwei prägnante und dominante logische fragen die in der praxis sehr viel auftreten das erste ist die frage des model checkings für ein gegebenes modell i gegebenes modell i heißt natürlich es müsste irgendwie klein sein oder irgendwie endlich beschreibbar zumindest sein sonst können wir es nicht geben also irgendein beliebiges unendliches modell kann man nicht im computer eingeben aber für ein gegebenes modell i zum beispiel für ein endliches und eine gegebene formel f die ist immer endlich weil formeln endlich sind fragen wir erfüllt das modell die formel nichts weiter in der aussagenlogik war das ganz einfach in der prädikalen logik werden wir noch sehen definiert haben wir schon machbar ist das aber es ist komplexer es ist nicht so leicht wie es in der aussagenlogik war das nennt man auch model checking ich kenne keinen treffenden oder gebräuchlichen deutschen begriff dafür vielleicht kennen sie einen könnte in kommentar schreiben aber model checking wird in der regel verstanden ist ein begriff der viel aus der verifikations community auch bekannt ist wo es um software verifikation gehe weil das dort ein besonders wichtiges logisches schließproblem darstellt aber auch in anderen bereichen macht man viel model checking und nennt es manchmal so und manchmal auch nicht das zweite wichtige problem in der praxis ist die logische schlussfolgerung und die nennt man dann auf englisch enthält wir fragen uns für eine gegebenen formel oder formel menge f und g folgt aus f das war also das was wir gerade am ende gelöst haben mit unseren inseln aber auf dem weg dahin haben wir auch diese frage gelöst als wir nämlich die grünen linien berechnet haben oder uns überlegt haben das war model checking okay also diese beiden dinge sind praktisch relevant und muss man oft irgendwo in den griff kriegen und mal mehr das eine mal mehr das andere je nachdem wie man die logik benutzt ich hatte schon gesagt in der aussagen logik war das beides relativ einfach das erste wirklich sehr einfach denn für model checking musste man einfach nur berechnen welchen wahrheitswert die formel unter einer gegebenen belegung hatte kann nicht in linearer zeit schaffen man evaluiert die formel einfach von innen nach aus das zweite war nicht mehr ganz so einfach aber immer noch wie wir sehen werden verglichen mit prädikaten logik relativ einfach wir müssen nämlich da einfach alle möglichen belegungen betrachten und schauen was da gilt das ist exponentiell weil es viele belegungen gibt np vollständig weil die komplexität davon aber es ist immerhin machbar notfalls mit brute force aber in der regel auch mit schlaueren algorithmen damit man nicht so lange braucht wie das wie es dauert bis die sonne sich ausdehnt und die erde verschluckt okay das also das problem des logischen schließens wir werden sehen wie das in der prädikaten logik genau aussieht es ist erstmal nicht so einfach das kommt in den nächsten videos zum schluss dieses videos möchte ich noch ein paar weitere grundbegriffe klären einer davon ist der grundbegriff der monotonie ein sehr wichtiger grundbegriff denn aus der definition die ich gegeben hat folgt monotonie das ist die definition für diese erfüllbarkeitsrelation was bedeutet monotonie monotonie bedeutet je mehr sätze ich betrachte desto weniger modelle gibt es die alle diese sätze erfüllen das gilt von ganz alleine in jeder beliebigen erfüllbarkeitsrelation ist das automatisch so wenn man mehr sätze hinzunimmt dann und schaut welche modelle erfüllt alle diese sätze dann ist die menge der modelle für alle diese sätze letztlich der schnitt aus den einzelmengen der modelle für jeden einzelnen satz und ja je mehr ich elemente zum schnitt hinzunehmen je mehr je mehr argumente der schnitt bekommt desto kleiner wird die menge die übrig bleibt also mehr sätze weniger modelle ist auch klar je mehr anforderungen ich stelle desto mehr desto weniger mögliche welten bleiben übrig in denen die anforderungen alle erfüllt sind also die spezifischer meine theorie ist desto weniger auswahl habe ich bei der interpretation okay die mehr sätze in analogischen theorie gegeben sind desto weniger modelle erfüllen die gesamte theorie das steht hier desto mehr schlussfolgerungen kann man aus ihr ziehen warum das wieder naja je weniger modelle es gibt desto spezifischer ich bin desto mehr gemeinsamkeiten wird in diesen übrigen wird es in diesen übrigen modellen geben das heißt desto mehr konklusionen kann ich erwarten haben mit anderen worten welche eine theorie spezifiziere die die sehr präzise genau beschreibt welche situation mich interessiert dann werden alle dinge die in dieser situation auch noch gelten logische konsequenzen sein wenn ich dagegen eine theorie angebe die ganz allgemein ist und alle möglichen interpretationen zulässt die sich sehr unterscheiden dann wird es relativ wenige logische konsequenzen geben weil diese unterschiedlichen interpretationen nicht so viel gemein also mehr annahmen führen zu mehr schlussfolgerungen eine relativ intuitive aussage aber keine die immer gilt und auch nicht eine die in jeder anwendung die wir betrachten in der logik immer gewünscht ist ja auch beim menschlichen schließen ist das nicht unbedingt so ja wenn sie mehr informationen erhalten heißt das nicht unbedingt dass immer mehr dinge von ihnen geschlussfolgert werden sondern es passiert zuweilen auch dass die dinge die sie schon mal schlussfolgern glaubten wieder verwerfen weil sie neue informationen erhalten die dem widersprechen zum beispiel widersprüchliche informationen kann die prädikaten logik hingegen schlecht verarbeiten ja wenn also mehrere annahmen gemacht werden die keine gemeinsamen modelle haben also die sich widersprechen dann kann man nichts mehr aussagen da hat man eine unerfüllbare theorie und dann ist jedes die jede annahme mit gleicher mit gleichem recht war und konsequenz aus unerfüllbarkeit folgt alles ja das sind die extrem fälle dieses prinzips tautologien das sind die formeln die in jedem modell wahr sind und daher auch logische konsequenzen jeder theorie sind aus tautologien folgt nichts interessantes außer andere tautologien aber tautologien folgen aus allem umgekehrt gibt es die unerfüllbaren formeln die nirgends wahr sind und daher alle anderen sätze als konsequenz haben warum ist das so naja weil in allen modellen dieser unerfüllbaren formeln gelten auch alle anderen formeln alle modelle ist dem fall eine leere menge in all diesen null modellen gelten alle anderen formeln deshalb sind das logische konsequenzen das sind also die extreme dieser definition von logischer konsequenz über die modelltheorie so wie ich sie hier gezeigt habe ok damit kann man wie gesagt eine ganze menge machen jenseits auch der dinge die wir hier betrachten wir haben ein paar beispiele schon gesehen aussagenlogik prädikaten logik wo ich nur setze betrachte oder prädikaten logik wo ich beliebige formeln zulasse logik zweiter stufe ja prädikaten logik das ist logik erster stufe das bedeutet quantoren gehen über elemente in der domäne sagen für alle x aus der domäne gilt etwas logik zweiter stufe da hat man quantoren die gehen auch über prädikate die sagen so etwas wie für alle mengen von elementen gilt dieses und jenes oder für alle relationen zwischen zwei elementen gilt dieses und jenes es gibt aber noch einen haufen anderer logiken in der informatik und mathematik modal temporal beschreibungs logiken mehrwertige logiken nicht klassische logiken alle möglichen monotonen logiken haben die eigenschaften die wir hier gesehen haben und selbst bei nicht monotonen logiken die es durchaus auch gibt in der informatik kann man viele der ideen und begriffe die wir hier gezeigt haben zum teil zumindest wiederfinden und anwenden oft ist dann nur die die menge der modelle eben auch nicht monoton und der rest bleibt dann wieder ist aber so weit wollen wir nicht gehen uns reicht eigentlich erstmal die prädikaten logik aber wichtig zu wissen die begriffe sind immer die gleichen und sie können die auch wenn sie im fortgeschrittenen studium noch andere logiken treffen immer wieder so anwenden was ja ganz praktisch ist und man kann sie sich sehr gut visualisieren mit inseln und formeln und der beziehung zwischen den beiden okay das war ein ganz schön langes video schön dass sie dabei geblieben sind beim nächsten mal möchte ich ihnen wieder ein bisschen konkreter über prädikaten logik erzählen da wird es dann darum gehen was sind eigentlich die dinge die die prädikaten logik nicht von der aussagen logik unterscheiden also was sind die gemeinsamkeiten welche sachen wissen wir eigentlich schon über prädikaten logik mit dem was wir über aussagen logik früher mal gelernt haben das möchte ich ihnen mal zusammenfassen bis dahin tschüss und auf wiedersehen ja 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 ja